Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Diesmal versuchen wir den Aufstieg irgendwie noch zu packen. Aufstieg? Ne, Aufstieg geht nicht. Nicht Abstieg. Nicht Abstieg könnte was werden, ja. Wenn wir gewinnen. Zweimal. Ja. Weggedrückt. Ach, schade. Oh, was. Ja. Wieso macht der einen Vorteil? What the fuck? Wahrscheinlich kriegst du Tore hier jetzt eine Karte. Hätte ich ihn direkt dann gespielt? Alter, wie lange das dauert. Ja, gut. Ich hab noch nichts gesagt. Achso, die müssen das machen. Verbrauchst du sehr? Ja, dann. Ach, keine Ahnung, fliegt weit nach vorne. Hab ich mitbekommen. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Schade. Ja, aber da standen da so viele in der Mitte. War schwerer rausgekommen. Er schießt uns soweit vor. Ja. Ja, haben sie gut gespielt, ey. Gehst du hin? Ja, ich versuch's, ne. Ich hab hier nicht grad den schnellsten. Nicht grad den schnellsten ist sogar untertrieben gewesen noch. Ja, er läuft einfach mal vorbei. Ja, wohin spielt er den, ey? Ohne Scheiße, ey. Ja. Ich weiß nicht mal, wer der versucht hat anzuspielen, jetzt mal ohne Scheiß. Hat der Referee vollkommen richtig entschieden, sehr gut gesehen, Hut ab. Ja. Was willst du denn da machen? Ja, keine Ahnung, warum lassen die Leute den durch, ey? Ich werd hier echt beklopfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du den Kripo ruhig nochmal foulen? Ja, ich drück nach oben und er spielt nach unten. Ich krieg ne Macke heute. Nee, ey, was willst du denn da machen? Wenn du nicht mal das machst, was du machen willst. Ja. Das ist manchmal echt richtig geil. Wo kämpften wir denn hin? Ja, können wir froh sein, ey. Und nach vorne. Das schon wieder. Ja, man muss sein, ey. Spielen wir nach Regen oder was? Freistoß. Ach, die haben jetzt Freistoß. Bitte, was? Ey. Das kannst du ja anders ausprobieren. Was hab ich denn gemacht? Ich hab... Wir beide hauen. Ey, ich hab eben einen Ball im Kreis gedreht. Und die kriegen keinen Freistoß. Nee. Das sind Italiener, ist ja kein Wunder, ey. Ja, das erklärt alles. Hat sich irgendjemand... 15.000 Meter. Oh, Mann. Ich hab ihm doch die Hacken weggehackt. So, jetzt aber. Oh. Ey, ey, was macht denn der für ein Affe? Was macht denn der für ein Affe? Ja, freu mich auch, ey. So. Jetzt aber. Ja, komm, gib mir ne Karte. Ja, wenn er jetzt die Karte gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Dienstrichter, du hast sie nicht alle. Schattest. Was hat denn der gemacht? Ich wurde von denen aufgehauen. Und ich krieg ne Karte. Nein, ich war der, der da am Boden lag. Du warst der andere, der angeflogen kam. Und du hast mich weggecheckt. Und ich krieg ne Karte deswegen oder so. Ich weiß auch nicht, ey. Oh, ey, Dienstrichter. Ohne, Schwarz, wie haben sie die gezahlt? Wunderts, wenn ich wieder ne Karte kriegen, weil der, der sich hingesetzt hat. Oh Gott, wir werden hier ne Rote sehen, ey. Egal, was passiert. Bitte legt mir sich jetzt hin. Ich krieg kein ordentlichen Spiel. Ja, jetzt krieg ich den hier, der schon in Bagdad war, ey. Holy shit, ey. Und die werden wir einfach schön langsam sortieren lassen, damit unsere Spiele von hinten wieder vorkommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Die legten sich aber auch so weit vor, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die können das machen. Ich hatte nen Spieler in Bagdad irgendwo, ey. Mit dem ich hinterherlaufen musste. Ich konnte nichts machen. Ich hatte den da hinten, mit dem ich hinterher rennen musste. Ich hab auch keine Ahnung bekommen. Ich hatte die vier. Kannst mal sehen, wie im Umfeld. Das Tor wackelt da hinten, ey. Nur bei so'n billigen Ball. Oh man, ey. Vor allem, was wir kriegen, wir kriegen irgendwelche Karten, wofür wir nicht mal was können. Ich wollte spielen, gerade nach unten. War es da gar nicht so schlecht unterwegs, glaube ich. Oh man. Oh Gott, der kommt an. Oh, Mac Checker. Der hat nicht vor allem geteckelt. Der hat voll mit seinem Arm oder nicht. Der hat nicht vor allem geteckelt. Ja, der hat die voll, fast in die Fresse gehauen, ne. Ja, oben rechts und nach hinten. Ne, ne. Ey, die... Wieso schießt denn der so schwach, ey? Der kam perfekt auf den Fuß, ey. Nicht mal die Beine wegholzen kann ich. Spiel doch, spiel doch, spiel doch. Ja. Das geht direkt ab. Ja. Okay. Also Tauertate. Warum läuft denn der weiter? Ich versuch schon stehen zu bleiben. Der läuft erstmal noch 10 Meter. Was soll denn das? Das steht gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich für den Spielaufbau. Abseits. Da hat das Deignin nicht gestimmt, deswegen, abseits. Dann würden wir also viel keine Gelbees bekommen haben. Was ist mein Abseits-Gelb? Was? Du hast den Gegner ins Abseits gestellt, Gelb. Klischee. Pfeiftet sowieso gar hier ab, ja. Ja. Schaut. Hier, es gibt keinen Abseits im Einwurf. Ach, schade. Aber Gegner. Ja. Das ist echt so dumm. Man erobert den Ball quasi und der Gegner, dem fallen sie wieder hin, dass er direkt... Keine Ahnung, ey. Das ist echt... Ich glaube das nicht. Der beste Strafraum mit dem Arm weggecheckt. Oh, da passiert nichts. Wenn der schießt nicht, wenn man nicht Parteiisch ist, dann weiß ich auch nicht. Ich dreh mich im Kreis mit dem Ball, ey. Dann krieg ich Gelb. Du darfst nicht mit dem Ball nicht im Kreis drehen. Was? Ja, du darfst nicht in den Dribblings gehen, sonst kriegst du Gelb, ey. Okay. Das ist natürlich scheiße, ey. Die joggen nicht im Grafen. Ey, hier, sind wir bei Smackdown? Ja. Nichts. Gar nichts. Das war fair, 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 das war fairer Zweikampf. Ich glaube auch, ey. Immer wechselt aus, ey. Sie sollten mal über den Schiri wechseln, ey. Weiß die im Absatz gewesen, ey. Bin mir nicht sicher, ey. Hab eigentlich oft, was ich nicht drinstehe. Na, die warten, rechne damit, dass ich den Balls. Abseits. Ja, weiß ich was. Mann, ey. Mich ärgert das echt so, wenn wir das jetzt auch wieder verlieren, ey. Ja, so jetzt mach mal diesen Schinsrichter dagegen, die ich jetzt. Ja, was weiß ich, Alter. Jetzt kann mich doch trotzdem mehr ärgern, oder nicht? Ja, klar kannst du dich ärgern, aber was ist denn? Dagegen machen kannst du nichts. Naja, wir hatten auch ein paar Chancen. Warum hast du den jetzt plötzlich, ey, geil? Freistoß. Ja, sowas kannst du dir doch sparen, man. Entweder du gibst dir eine Karte, oder nicht. Alter, ich krieg den noch nie rein. Versuche ich. Ach, okay, ich versuche es. Ach Gott, da geht's so hoch. Ich hab sie dann gedrückt. Das hat er super gehalten, na klar, der Ball ging nur was. Hat er super gehalten, Junge, was von Hechtsprung. Naja. Das Kommentator von Mistlabern, ey. Ich bin sowas von Worte. Äh, ja, das war Absatz. Na klar, das ist das, nachdem sie ihn so umgehauen haben. Das machen wir, wenn die Spieler nicht bei einem Spieleball ist, weil er tot ist. Ja, na klar, der nimmt ihn an. Ja gut, ich hab wirklich nur ihn getroffen, ey. Ja, ey, das ist noch was. Ja. Ja, schießt sich, der bleibt weiter parteiisch. Naja, das war wirklich rot. Und? Ist trotzdem parteiisch. Ja, aber nicht wegen der Sätze, ja. Ne, wegen allen anderen Aktionen davor. Ja, ey, schaut euch alle Filmsequenzen an, ihr scheiß Vollidioten, ey. Ja, da haben wir keinen mehr. Ich würde sagen, wir sollten einen aus dem Mittelfeld, diesen einen mit der 6 oder so ist das, glaube ich. In die Verteidigungsstellen einfach. Ach, fuck. Du meinst den hier? Genau den! Der schießt den Ball eh irgendwann zum Mond. Ja, schießen kann er ja auch nicht. Deswegen sag ich ja, wir sollten den Verteidiger schießen. Aber es steht immer gut. Ja, aber so steht hinten auf dieser Position da oben gar keiner mehr, wie du siehst. Da ist quasi freie Bahn, ey. Ja, die Abseitsfalle steht einfach eher zu. Ha, 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 ha. James Hillman. Aguero. David Silva! Gut verliert vom Verteidiger. Du kannst du nichts machen. Ich habe schon viel früher gespielt, als er noch da standen ist. Er hat ihn halt angenommen vorher und dann erst danach gemacht. Hat er dir eigentlich voll ins Gesicht getreten? Das interessiert uns richtig ähnlich. So kommen die auch langsam vorwärts. Den habe ich eben gecheckt einfach. Der steht immer richtig einfach. Oh Gott! Da stand ein Fuß drin. Ach man. Die da was draus machen. Sie spielt sich besser mit ein weniger. Ach. Okay, jetzt sind sie durch. Aber doch nicht. Da haut die Heißgeld um! Torwart! Ja, abseits. Wieso abseits? Da unten stand noch einer von uns. Hab ich nicht gesehen. Klischee. Ach. Ach. Gehen einfach nicht zum Ball. Das ist aber jetzt abseits. Oh Mann ey. Wir hatten echt jetzt einige riesen Chancen hier. Ach. Ach. Es ärgert mich alles. Wohin flankt er den denn ey? Da wird man echt bekloppt ey. Ja. Wenn da das Schiedsrichter gespannlich aufgepasst hätte. Der war ja frei. Aber er stand im Absatz. Boah, das ist eng. Das ist eine ganz enge Geschichte. Das ist eine Zentimeterentscheidung. James Milner. Ja. Ich. Ich. Ich spiel. Oder ich will. Aber. Man. Das Stadion zischt. Das Stadion kocht Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Ich werfe weit einfach hier nach. Oder du. Naja. Keine Ahnung. Das könnte entscheidend sein. Ach. Schade. David Silver. Oh. Ich bin soweit gemacht. Er jetzt nicht mehr. Ah. Die. Die. Die stehen irgendwo direkt daneben. Ja. Die. Kommt nicht durch. Fernandinho. Echt. Oh. Wir legten sich vor, dass der Gegner mal hat. James Milner. Na endlich. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Da bin ich einfach durchgegangen. Oh man. Hätt sie jetzt gefasst, hätte den Ball weggenommen. Hm? Hätt sie jetzt gefasst, hätte den Ball weggenommen. Ja. Die brauchen wir auch nicht mehr wechseln. Naja. Die hat Frau nicht mehr wechseln. Und diese eine, die Nummer 6 ist einfach mal an der richtigen Stelle. Ja man. Das ist der beste Spieler von uns. Ja. Er kann zwar nicht schießen, als wir das oft genug gesehen haben. Aber er kann wenigstens laufen. Aber er steht richtig. Er kann laufen, den Ball erobern und wieder zurückspielen. Zum Gegner. Mit Absender geerobert. Oh man. Na jetzt machen die wieder irgendeinen Shit und keine Ahnung. Hm. Vielleicht verpissen sie sich auch. Geht raus, Mann. Geht raus. Nein, Quipzer will ich auch nicht gewinnen. Und hier ist noch nicht Schluss, aber das haben sie sich erarbeitet. Es wird wohl gewechselt bei der Mannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause. Wollen wechseln. So. Oh. Ich bin hier eigentlich so langsam. Aber vielleicht ist er Kopfball stark. Ah. Okay. Vielleicht ist er Kopfball stark. Ja. Okay. Ich brauche, wenn der dichter ist. Ne, ne, ne. Ich bin hier nicht wirklich überzeugt. Ne, ne, ne. Das war heute nicht seit Tag. Aber das musst du uns gut wegnehmen. Das musst du abmachen. Und im nächsten Spiel wieder. Das ist immer so schön. Und der putzt und weiter. Aber ich stehe nochseits. Oh Gott. Schon Druck machen. Oh Gott. Ja, die kommt mittig wieder. Oh Gott. Ja, die kommt mittig wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da oben ist unser Held. Unser Held ist aber zu langsam. Okay. Oh Mann. Schnell Mann. Torwart, mach doch schnell. Oh, wie hat der den Kopfball gehalten? Ich hab Kopfball gewonnen und der kommt zum Gegner. Oh nein. Ist egal ob du ne rote kostet doch nicht. Ach, scheiße. Unschicht ist besser als verlieren. Ja, bringt uns aber nichts. Nein, wir brauchen noch zwei Siege. Ich glaub das reicht nicht mal mehr, oder? Doch. Sechs Punkte sind zwei Siege. Ja. Und wie viel haben wir jetzt? Ich glaub fünf. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich genau sehen. Ja. Aber wir brauchen zwölf um nicht abzustellen glaube ich. Nach zehn. Zehn, okay. Wir haben vier. Oh Mann. Wir haben fünf. Egal. Oh Mann, wir müssen gewinnen ey. Wenn wir jetzt eins nicht gewinnen sind wir weg. Äh. Oh Mann. Oh Mann ey. Also. Ob wir es schaffen oder nicht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ja. Seht ihr dann. Haut rein. Tschö, tschö. Ciao, tschö. Ciao, tschö.